Mama Boah Ey, ey Boah, los Rede Speedwonder Wenn du den jetzt verkackst, bist du schl- Ja, ho Boah Ja Pizze Oh, ich hab auch zu denen mit Tag geöffnet Nein, du Loop Ich kill nicht, komm her Ha, komm, komm, los, Eisgegeiz, Rede Schwuchtel Wie soll ich dich so besiegen, du Auge? Nee, du kannst auch noch aufgeben Oh, du warst so weit Ja, frag mich mal, Flo, ich muss das alles noch mal machen, du musst so zuschauen Ich hab' gesagt, du warst so weit Ja Du kriegst dich aber mehr auf als ich Ja, was, ich bin langweilig Das ist total lame, langweilig Das ist total lame, langweilig Das ist total lame, langweilig Nein, komm nicht, wir werden das jetzt eiskalt durchziehen Hast du grad gesehen, wie ich nicht mal gebacken bekomme Hast du grad gesehen, wie ich nicht mal gebacken bekomme Ist mir egal Dann bekomm jetzt was gebacken Was, ein Apfelstrudel Ich hab noch genug Speicher auf der Festplatte Alter Ja, ist ja schon eine ordentliche Festplatte Wie passis Ein Terabyte Nix besonderes also Stopp, stopp, stopp Nein Wie kann man den verkacken? Wie kann man den verkacken? Ich hab anstatt Doppel-W Doppel-Leertaste gedrückt Ernsthaft Nach der ganzen Nach den ganzen Sprüngen bin ich durcheinander gekommen So langsam Och man Ich werde jetzt Aufs Klo gehen Ja Muss es jetzt schaffen, wenn Florian weg ist Ja, solltest du auch Baa 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 Mann Ach Kacke So, äh Jetzt muss ich die Zuschauer unterhalten, weil keiner von euch mehr labert Florian ist weg Passiv weiß ich nicht, was der macht Verrecken Wo ist denn Florian? Ja, wärst du jetzt grad da gewesen, wüsstest du's Wo, wer, wo ist der denn? Ah, zack Boah, ich musste grad nur noch zwei Sprünge machen, dann hätt ich's gepackt Hey Hey Da komm ich grad wieder und fest sie direkt gemietet Hör bis auf, passiv Okay Boah Los René Ah, ah Wer trinkt da, weil es läuft da Passiv Ich Das nervt das Geräusch, das nervt unglaublich Ich trinke jetzt ein, ich trinke jetzt ein sofortiger Schadentrank Wieso gibt es ein sofortiger Schadentrank, den man trinken kann? Passiv Ja, da Trink jetzt mal Achso, jetzt, okay Bob Wow, ich hab sofort den Schaden gekriegt Wie viel? Äh, ich hatte glaub ich nur noch zwei Herzen oder so Oder drei oder vier Ja, selbst mal Pasi das nervt Pasi Hey, du wirst nicht unsichtbarer Bestimmt bist du jetzt drei Stunden unsichtbar He Ja Nein Hey Wenn du jetzt kriegt mal was gebacken Wir wollen weiter machen, das ist ein Stück langweilig Gib auf, wenn's sein muss Nein Du stellst ja wieder ein Scheiß Schild hin Nee He 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 Ich gucke, was ist für Bilder in diesen Zeck Schabett gibt Wow Wow Die normalen Super Gott Nur nicht so pixel Vapati Oh, das ist ein ziemlich perverses Bild zu sagen für die zahl jetzt hat er so getötet ihr habt ihr zu sagt auch müssen als zweiterin Singleplayer Modus gespielt hat und froh naja Welt schafft wir wollen ja in dem Land spielen was haben funktioniert auch das ist schönes Bild ab voll gut funktioniert ist sein doch was geschafft ja endlich die Verkaufgabe da kann ich das steht ja wieder wegzunehmen Prozent Prozent ob steht an mir die Checkpoint es bestürzt weil es anscheinend ein Mieter und ist ein gesteht was Rene der Kopf ist davor get to the back so ich weiß wie August darauf 60 kam die dich einfach aufwachen da kommt ach das ist kacke das ist ziemlich scheiße passiv bis heute er ist unsichtbar machte ich hatte ja auch wenn ein gut da geht zu der Bexel auf das Blöck oh Gott oh Gott ja wie wir hatten die Masse das Alter ich spreche ich spreche rüber ja hat sich gut an der Doppel W Hä? Ja, ja. Und dann drücke ich Shift direkt. Oh, hier ist es wieder. Wollt ihr durch die Tür? Ja. Könnt ihr aber nicht. Moha, ha, ha, ha. Ich mach die Tür kaputt. Ja, dann. Du darfst aber nicht durch. Wenn du uns die Tür aufmachst, dürfen wir auch durch. Ja, aber ich mach's ja nicht auf. Dürften, dürften. Ja, aber ich mach euch ja nicht auf. Ihr solltet den Scheiß selber schaffen. Ich bin dabei. Ja, du schon, aber pass sie durch. Ja, doch, ich mach doch auch. Ach so, ich dachte, du bist aber doch dabei, die Tür zu schrotten. Mann, jetzt hat Kacke ich aber hier. Nein. Pasi, mach dich mal wieder sichtbar, das ist Kacke. Mann. Pasi. Ah, ah, ich kann's. Ich kann's, ja, bin durch. Ja, noch nicht ganz. Hier ist es noch ein bisschen schwerer, weil der Block, weil der Block auf der gleichen Höhe ist. Ja. Alter, ich schaff das. Sauber. Sauber. Ich hänge 13 Stunden und er schafft. Ja, frag mich mal. Oh, nee, bist du schlecht. Boah, ey. Ja. Ist jetzt... Ja, sauber. Ja, ja. Show what you can to finish the training. auch hier ist hier ist das Training das müssen wir in dieser Aufnahme doch schaffen oder nee das Training zu finishen ich werde das aufgeben bestimmt hier ich höre jetzt was zu essen weil es geht auf den Sack ganze Zeit nur äh ganze Zeit ein Hunger weg zu haben ich hab vier Diamanten übrigens ich auch hey hör auf Schwuchtel Schalke hat er schlagen Schieter er ist ja mal hier er ist da es ist hier so Kassel aber vormachen mit der Tür Fragezeichen wo ist er da muss ich hoch bisher wieder sichtbar passiert nein dann machen wir einfach war dass der Fall sagt also du bist hier Brüttel und dann rum und dann Schiff also du musst wirklich von der Tür weggucken boah nee ey ich schaff das irgendwie nicht hä guck hier du stellst dich hier auf den Block hier ja dann spritest du und dann musst du da rum und dann Schiff drücken »Sie nixono, weggucken! Ne ey 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 ey.... S provyselisch Koppichanden Wa nie ey 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 , ne ey 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 ek ihr complac gouvernement Ne ey 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 Nenn Du gehst halt ein bisschen nach links, dann guck mich jetzt an. Was weiß ich? Okay, das war jetzt zu nah der Tür. Das war zu nah der Tür. Hey, da hat man einen Flick viel zu weit weg. Ja, dann, äh... Warte, ich guck mal, vielleicht geht das ja, äh... mit einem Einer-Sprung, wenn man sich hier so hinstellt. Puh, okay. Ja, das funktioniert auch mit einem Einer-Sprung. Stell dich direkt an die Tür. Ja. So, ganz am Rand. So, und dann springen und mach dann Shift. Nicht Shift gedrückt halt beim Springen. Einfach... Soll ich... Nein, nicht... Du musst jetzt einfach rumspringen. Ah! Sauber. Hier musst du sprinten. Boah! Egal, jetzt hast du es ja bei der Tür raus. Ich gucke nicht. Hier geht das nicht, weil dir dein Block ist zu breit. Wow! Ach, da hast du dir die Wandel raus. Oh! Schaffe ich das? Du bist auch rumspringen, ne? Du darfst nicht, geht auf die Tür gucken. Du musst... Warum soll ich mit der Tür gucken? Ja, du kannst dich schon ein bisschen weg... Also so... Ah! Ja, versuche jetzt einfach. Ja! Geschafft, oder? Nein, aber erst mal die Tür. Nein, ich schaffe es um den Glasblock. Das ist ziemlich einfach eigentlich. Komm, du, um die Tür, wenn du um die Tür bist. Boah! Fail. Los, René. Ja! Guck, und hier... Hier spritest du von hier aus und jetzt stehst. So drehst du dich dann nach rechts an. Also da muss man sich hier noch nach links drehen. Das ist schwer. Das spritzt es am Block vorbei und dann nach links. Von hier aus sprinten, oder? Ja, weiß ich jetzt nicht. Also... Ha. Ne, ach, maaaann. Passi, geht er weg. Machen abgange. Also die Tür ist ja noch leicht, aber... Ach Gott, jetzt müssen wir wieder warten, Passi. Ja. Leck mich. Ja, ich hab keine Ahnung, wie das mit dem Glasblock gehen soll. Keine. Genauso wie die Tür. Nein, nein, die Tür macht er anders. Er macht nur einen Einzelsprung bei der Tür. Mach ich auch. Ja, aber kann bei dem Block keinen Einzelsprung machen. Mach ich... Oder? Stimmt. Doch, ich guck. Nein! Niemals! 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 Du musst hier... Nee, man muss einen Doppelsprung machen. Oh, der zuerst sprinten und dann... Und den Block. Und, ja. Ja, hast auch... Oh, darauf wäre keiner gekommen, ne? Ich versuchte die Tür gerade in einem Einzelsprung. Die Tür ist einfach in einem Einzelsprung. Das macht gelähmt. Ja, ich versuche das Glas die ganze Zeit in einem Einzelsprung. Ja, das geht, glaube ich nicht. Das geht nicht. Ich versuche es trotzdem. Man, vielleicht... Was kommt danach? Da kommt nochmal Glassprung. Aber der ist doch schwerer, weil... Weil, äh... Der Glas war... Weil der... Weil der Diamant nicht ein unter dem Glas ist, sondern genau auf der gleichen Höhe. Alter. Das ist voll... Passi... René, du, es ist eigentlich voll einfach. Warte. Ich versuche es dir nochmal irgendwie zu helfen, wenn du drauf da bist. Pff, willst du durch die Tür? Ja, das wäre kein Cheatle. Das wäre kein Cheatle, René. Das wäre kein Cheatlen. So, Flo. Ich würde dich durchlassen. Okay, also... Du sprichst hier an, spritest und sprichst so hoch, du kannst und dann nach... Ja, links. Nee, das geht nicht. Ja, du hast den Glasbock geschliffen. Ja, das ist jetzt die ganze Zeit so. Ja, dann sprichst du zu nah am Glasbock. Ich habe das jetzt drei Weitereinander geschafft. Guck, ne, so. Dann spritest du und gehst nach links. Nee, ich fliege da viel zu weit weg. Wie ist das, soll das gehen? Ich fliege viel zu weit weg. Ja, nee, wir bieten dir ja immer noch, ne, hier. Die Tür an. Ja, und dann sagt ihr, ja, nicht geschafft. Nein. Das, die Tür, die, äh... Ist ein Checkpoint. Das ist ein Mini-Checkpoint. Nein, warte. Wir, wir denken uns ein Szenario aus. Ich wollte gerade die Leiter hochklettern, mit runtergefallen, auf die Druckplatte und René ist ganz schnell hier durchgerannt. René! Hey! Ich bin aus Versehen auf den Stein gefallen. Oh nein, jetzt kann René hier durch. Oh nein, jetzt ist René hier durch. Passe hier alles wegen dir. Oh, jetzt ist die Tür kaputt. Äh, äh. Jetzt kann ich auch nicht mehr durch. Ach, blöd. Ja, das ist echt blöd. Ich könnte zwar hier jetzt runterfallen, aber nein. Das geht ja leider nicht. Ach, jetzt. Die Tür ist doch sowieso weg.